Der Tochka, der war da. Der ist es. Aus, Amen, Punkt. Schluss. Aus. Charlie. Nichts, Charlie. Das war's. Du, Freddy, ich habe dir erzählt, dass ich Casting gehabt habe für einen ganz großen, wichtigen Fußballfilm. Es geht um 70, 80, 90.000 Euro Gage, wenn ihr die Rolle gekriegt habt. Ich hoffe, ich habe die Rolle bekommen. Super. Okay, ich bin Kurt. Ich bin Tochka. Freut mich. Freut mich sehr. Seitdem ich die Rolle habe, passieren immer komische Sachen. Ich kann mich nicht konzentrieren. Wie macht das, Karl? Es geht hier. Zweite Rang und Jung-Sympathie. Are you stuck on me, mister? No, no, I mean... No, my name is Alfred. Ich will zum Weltmeisterschaften nicht der Preis. Wer ist da? Wenn der Casting dich für die Rolle nicht besetzt, dann bist du auch nicht dafür bestimmt. Das ist zu gefährlich. Wenn du nach Wien fährst, dann bist du tot. Und deiner Familie wird auch etwas passieren. Das ist nicht los. Toschka, es tut mir leid. Red mich bitte! Was ist raus? Verstehst du? Aus! Fini doch, Bastard! Schluss! Ich bin das Geld. Und das werde ich mit dem Punkt. Dieser Toschka, wir sind auf Dach. Ich weiß noch, warum. Aber er kommt. Er ritt. Und du bist glücklich mit deinem Job? Ja, was ist dein Job? Oh, mein Job. Ich arbeite als Personal Trainer. Und du bist glücklich mit deinem Job? Amen.